So, sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns hier heute Abend in Zweibrücken in der Festwelle. Hier ist eine riesen Faschingsparty und ich bin wieder vom Urlaub da mit Kräften vollgetankt. Und hier habe ich auch gleich die erste Nährin oder das erste chaotische Mädel. Wer bist denn du? Wer bist du? Ich bin die Alicia. Alicia, wo kommst du her? Aus Pirmasanz. Ein echtes Pirmasanzer Mädel, ein treuer Fan von Pissons. Wie ist denn hier die Stimmung heute Abend? Geil! Hammer, ja. Gut, du darfst gleich ein paar Leute grüßen. Schieß los. Freddy! Willen grüßen. Okay, wir schon haben, wir gehen gleich weiter.